hau miteinander und willkommen zurück im Sherwood Wald beim Robin Hood genau heute gibt es mal ein bisschen kürzere Folge oder vielleicht auch nicht wer weiß eigentlich habe ich es geplant aber man war das her wir müssen auf nach York was gibt es denn da Kameraden gegen Wappen austauschen Missionsspiele diese Missionsspiele ja York einnehmen das nenne ich doch mal wahre Herausforderung die Mission das nehmen wir den mit auf jeden Fall aber nicht ungeheilt dann nehmen wir zwangsweise den Robin mit dann nehmen wir den mit aber auch nicht ungeheilt und gespielt okay aber ungeheilt geht die beiden Kameraden bleiben mal da und nehmen nur den mit der ist geheilt der darf auch mit soll aber erst noch ein bisschen Dings da mitnehmen Heilkräuter nein nicht die zum rauchen die zum Ei schmiere oder esse oder mehr und dann legen wir los und hoffe dass du noch da nochmal auf Level 5 füchern die da auch so Kumpels geht mal dort nach und du kämpfst bitte weiter wir beide machte jetzt zu zweitblatt das werden wir auf Mission gehen so dann legen wir los auf nach York wir müssen die Stadt einnehmen die Belagerung hat bereits bereits angefangen in einer lange Schlacht ist es dem Ranulf gelungen die Südhore der Stadt zum erobern und verlischt es ihn hoch Robins Verbündete können sich keinen weiteren Frontkampf mehr erlauben Robin und seine Kameraden müssen sich in die Stadt einschleichen und dort die Verteidigung schwächen Ranulf wird Verstärkung schicken sobald Robin die Glocke der Kathedrale läuten lässt oder die Flagge vom König über dem Verlies hisst gut wir speichern das ist immer das wichtigste was man machen kann da unter rechts sind die Truppe okay dann rennen wir mal rein hallöchen zack zack so und speichern dann gehen wir mal auf die beide triff das ist jetzt aber nichts nichts gut okay gut gemacht wir laden nochmal der ist glaube ich nicht so gut gegen Ritterslide deshalb nehmen wir das Carlet nicht schlecht ich sagte doch du sollst stehen bleiben so der steckt dir gar nix ein oh vier auf einmal so während du sollst schon wieder dritt machen der kann die Kameraden machen der die da haben das war nur ein Katze das war nur ein Katze das ist ja störend ist das gut Scarlet ach Speicher natürlich Entschuldigung das sieht so aus oh oh das war mega knapp so jetzt schnell die alle umbrüllen gut 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 ich glaube das war nur schmale ich glaube das war nur schmale dann speichern wir und renne erneut in die Schlacht Zum Glück haben wir ein Schild auf dem Riege. Komm, wie schlecht man. Irgendein Kombo gibt es, oder was ist das Kombo? Irgend so was muss man halt abfahren, so eine Reihefolge. Dann macht das so einen Extremschlag da. So, speichern. Komm und teste meinen Morgenstern. Du wirst schon sehen. Ich sagte doch, du sollst stehen bleiben. So, ich mein, kriege ich immer das Wabe? Muss der jetzt ne Wege, oder wie? Ich verstehe nicht, wieso wir das Wabe nicht kriegen, aber nun gut, wir kämpfen weiter. Probieren wir den auch noch. Komm und teste meinen Morgenstern, trafen! Nicht schlecht! Oh! Oh, okay. Auf ein neues. Der wird sich sobald nicht wieder rühren. So, schon besser. Dann sollte er mal den Heil. Und in der Zwischenzeit sollte er da mal einen Rundumschlag machen. So, dann kann der kommen. Oh! Das habe ich gar nicht gesehen, dass da ein Rittersmann steht. Das ist natürlich nicht so prickelnd. Wo hast du meinen Morgenstern? Nicht schlecht! Hängst du an deinem Kopf? Dass ich nicht lache! Getrafen! Nicht schlecht! Nicht schlecht! War das alles? Nicht schlecht! Aua! so schüttel kann man kamerafall karte verschoben ja jetzt meine herren ach so ja wir probieren es halt bis es klappt wo ist kann man denn irgendwie hat das nicht so funktioniert so jetzt speichern und dann bringt es vielleicht was ja also jetzt könnte er da den heilen und robben kann den da noch mal verbrühten das war gar nicht der robben das ich hätte und dein einsatz machte man die blühe 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 da war gut eingestickt aber der auch so und speichern und john tanner gut so eigentlich haben wir ja jetzt schon viel eignen wir hin aber trotzdem noch keine wappe kriegt doch ein zimmer art ist da drüben die getreide das bist du doof hoher gegen hauptmann und drei ritter das nehme ich mal erfolgreich dann hätten wir das jetzt ist natürlich meine karte habe wiederum schoben und zogen ja auch immer von der luft oha kommt da rein ich werde uns vielleicht davor heile das solle oder war das nur ein schlafen Du wirst doch hin! Ja! Ja gut, wir waren echt nicht geheilt. Achso, wir haben ja gerade gegen Drei-Ritter-Kämpft. So ist es besser. Das bringt gar nichts. Geht's runter? Wieso geht das nicht? Wieso geht das nicht? Halt! Habe ich da nicht etwas gehört? Ich lasse euch in Frieden. Ich bande von Unfägen! Hey du, wer bist du? Komm, du bist du Morgenstern! Nimm das! Nimm das! Ich sag dir was du sagst stehen bleiben! Nimm das! Nimm das! Nimm das! Ja! Ja, der Will Scarlet hat schon den Vorteil. Ja, dass er da einfach mal den Leuchten randaliere kann. Ja, super! Nimm das! Warum liegt er dort? Tote Arzt! Keine Bewegung! Halt! Bettler! Die Bogenschützen nach hinten! Ich lasse euch in Frieden! Warum liegt er dort? Ja! Okay, der soll sich jetzt erstmal verkrümeln! Und die gehen nicht mal von ihrer Position weg! Vielleicht hilft da einfach nur der Little John was! Aber... Ja! Wir stellen uns mal den Blick gegenüber! Und... Dann... Lassen wir es aber mal dabei! Belassen wir es aber mal dabei! Und... Ende... Die Folge sozusagen! Mit der Frage... Kriegen wir das, ne? Oder kriegen wir das nicht? Ja, das soll ja auch noch ein bisschen spannend sein dann beim nächsten Mal! Du Will Scarlet ist ziemlich verwundet in Sicherheit! Der Little John ist... Ja... Kampfbereit! Und erfahren! Und vor allem gegen große Menschenmenge überragend! Aber! Ob er auch gegen die Schwarze, die stärkste gegnerische Einheit auch kommen kann! Tja! Das sehen wir dann! Wenn es wieder weiter geht! Beim Fischtar und Robin Hood! Macht's gut und Tschüss!